Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich möchte gerne etwas Besonderes ausprobieren, und zwar die Rache des Sub. Das funktioniert folgendermaßen, üblicherweise jedenfalls. Man schaut sich ein ehemaliges Neuzugänge-Video oder eben eine Episode an, wo Neuzugänge von einem bestimmten Monat vorgestellt werden, was drei Jahre beispielsweise zurückliegt und guckt dann, welche dieser Bücher man noch nicht gelesen hat. Und aus diesen Büchern, die man noch nicht gelesen hat, hat man Zeit, innerhalb der nächsten drei Monate sie entweder zu lesen, sie auszusortieren, oder sie zwar zu behalten, aber noch nicht zu lesen, und dafür muss man dann einen kleinen Obolus in ein Glas tun oder sich beiseite legen. Diese Idee habe ich aufgeschnappt bei einem YouTube-Kanal oder Booktube-Kanal, dem ich in letzter Zeit sehr gerne folge, und zwar sind das die Bookfriends Forever, Maike und Anja, die wirklich immer super Laune verbreiten, zwei Freundinnen, die eben sehr gerne lesen und sich dann darüber austauschen. Und sie machen auch immer Neuzugänge-Videos und Lesemonats-Videos, aber eben auch diese Rache des Sub und auch diverse andere Tags und Sonderformate. Also es macht wirklich, wirklich Spaß, den beiden zuzugucken. Und da habe ich mir das jetzt ein bisschen abgeguckt, stehe aber vor der Herausforderung, dass ich keine Neuzugänge-Episoden mache. Das heißt, ich habe jetzt mal geguckt, ab wann ich ungefähr mir notiert habe in meinen Unterlagen, was jetzt monatlich hinzugekommen ist überhaupt. Also oftmals mache ich das ja durch diese Subhöhe und mein Subabbauprojekt, dass ich da so ein bisschen mit angefangen habe, mir auch zu notieren, wie hoch der Sub in dem Monat, in dem Lesemonat sozusagen eben ist. Und oftmals schreibe ich mir dann auch die Titel auf, die dazugekommen sind. Und wahrscheinlich aber auch nicht immer. Also tatsächlich mache ich jetzt direkt vor dem Mikro sozusagen, dass ich durchscrolle und mit euch gemeinsam gucke, was ich davon noch nicht gelesen habe. Ich habe also keine Ahnung, was dabei rauskommt, ob es jetzt super viel ist, super wenig oder ja, wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich habe mir außerdem überlegt, dadurch, dass ich alleine bin und wie ihr wisst, auch mir so ein bisschen einen Buchkaufbannen auferlegt habe, möchte ich gerne nicht nur einen Monat oder so betrachten. Ich glaube, das würde sich überhaupt nicht lohnen, sondern ich werde mir jetzt, ich habe mal geschaut, also seit ungefähr Mai 2019 dokumentiere ich das. Wie gesagt, mal mehr oder weniger wahrscheinlich. Und deswegen, da jetzt quasi das Jahr ja schon so gut angefangen hat, würde ich mal vorschlagen, dass ich quasi von Juli bis einschließlich Dezember 2019 mir angucke und einfach mal gucke, ob da überhaupt einige Titel bei rausplumpsen. Und wenn ja, dann habe ich quasi drei Monate Zeit, die zu lesen. Das heißt, nee, ich überlege gerade. Ich glaube, sinnvoller wäre es, wenn ich sie dann auch bis Ende 2021 lesen müsste, weil ich mir nämlich relativ viele andere Jahres-Challenges oder Vorgaben quasi ja eh schon vorgenommen habe, von Subreduktionen über die 21 für 2021. Dann habe ich noch so eine qualitative Challenge am Laufen von Modern Mrs. Darcy, die ja, also Anne Bogle, die quasi diesen einen Podcast auch macht, What Should I Read Next, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Und da sind auch nochmal, glaube ich, zwölf Bücher drauf, die ich mir quasi anhand meiner, ne, wie soll mein Leseleben aussehen 2021, dann sehe ich mir auch nochmal wie hier aufgeschrieben. Also da habe ich zwar auch schon sehr, sehr viele von abgehakt tatsächlich, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich hier nicht überbordend zumüllen mit allen möglichen Challenges und Büchern, die ich dann unbedingt noch dieses Jahr lesen muss. Ich glaube, das ist zu viel Druck. Deshalb nicht innerhalb der drei Monate oder so, ne, nicht, dass man irgendwie sagt, okay, bis, was weiß ich, von Juli, August, September bis Oktober muss ich die fertig haben, sondern bis Ende des Jahres, dann kann ich mir das ein bisschen besser aufteilen. Und jetzt gucken wir einfach mal durch. Also ich bin jetzt hier quasi im Lesemonat Juli und da sehe ich schon Subhöhe 81, minus 1 zum Vormonat quasi und Hörbücher 142, minus 4 zum Vormonat. Das heißt, dort sind keine neuen Bücher oder Hörbücher hinzugekommen. Dann Lesemonat August, da sehe ich schon, das sieht ganz anders aus. Bücher 83, da habe ich irgendwie fünf gelesen gehabt, habe aber auch fünf englischsprachige Bücher aus dem London-Urlaub mitgebracht. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche das alle waren. Müsste ich nochmal gleich rausgucken und werde dann die Titel auch entsprechend vermerken. Dann habe ich noch zwei Andreas-Gober-Bücher von der Veranstaltung mitgenommen, auf der ich mit Ramona war und die beide habe ich definitiv schon abgehakt. Die brauche ich also nicht aufschreiben. Juhu! Und bei den Hörbüchern sehe ich 146, minus drei gelesene, plus sieben neue Rezi-Exemplare. Lieber Dogos King of Scars, Thron aus Gold und Asche, das habe ich schon gelesen. Stuart Turtons, die sieben Tode der Evelyn Hartcastle, habe ich auch schon gelesen. Thomas Plätzinger, The Great Nowitzki, habe ich auch schon gelesen. Und Liane Moriarty's Neuen Fremde ist auch schon gehört. Plus drei neue Zimt und Bücher, also diese Reihe, die habe ich auch schon alle gelesen. Also herzlichen Glückwunsch. Die sieben Rezensionsexemplare, gut, die lese ich auch immer relativ fix, sind auch alle durchgehört. September 2019, bei den Büchern Stapel 81, vorher 83 und es ist ein angefordertes Rezensionsexemplar, nämlich Der Oktobermann, dazugekommen. Das war ganz schmal, das habe ich auch ganz schnell gelesen. Ein unaufgefordertes Rezi-Exemplar Laufen von Isabel Bogdan, was ich auch als Hörbuch hatte. Das habe ich auch schon gelesen, war grandios. Minus drei gelesene Bücher, minus ein ausgeliehenes und wieder zurückgegebenes Buch wegen Band 2, die Auslesung. Oh Gott, oh Gott. Also ja, das sind einfach nur die, die ich gelesen habe. Das bietet jetzt hier keine Rolle. Bei den Hörbüchern 147, vorher 146, das heißt, das Laufen Rezensionsexemplar ist da hinzugekommen und außerdem das Dagmar Bach Rezi-Exemplar, das wird auch irgendwas Zimt und Weg oder das mit den Wünschen gewesen sein, die sind auf jeden Fall alle auch schon gehört. Dann habe ich sechs Hörbücher von Ramona ausgeliehen bekommen und vier gehörte Hörbücher, drei habe ich gelöscht. Zwei davon waren Fortsetzungen von der Night-School-Reihe, die ich nicht gut fand und die Einsamkeit der Primzahlen habe ich als Buch dann gelesen. Mit anderen Worten, alles, was hier hinzugekommen ist, habe ich schon gelesen. Dann im Oktober 2019 hatte ich nur noch 80 Bücher auf dem Sub, vorher 81, also eins weggelesen. Band 3 von Unsterblich ist hinzugekommen. Drei Bücher wurden aber gelesen und irgendwie war da ein Rechenfehler. Also konnte ich nicht mehr ganz nachvollziehen, auf jeden Fall war ein Sterblich hinzugekommen. Den habe ich aber auch schon gelesen. Hörbücher 144, 147, da kam das Ritzensohnsexemplar. Früher war ich älter dazu und Erebos 2, die habe ich beide schon gelesen. Es waren auch beides Ritzensohnsexemplare. Im Lesemonat November 2019 habe ich ein Buch gelesen und da ist kein neues Buch hinzugekommen. Von den Hörbüchern hatte ich zwei neue Ritzensohnsexemplare. Das war einmal Seif, der dritte Teil bin ich der Meinung und Kein Scherz. Was ist denn Kein Scherz? Kein Scherz war nämlich von Dieter Nuhr, jetzt weiß ich es auch wieder. Das war auch ein Ritzensohnsexemplar und habe ich auch schon gehört. Juhu, also es läuft echt gut bisher. Und dann im Lesemonat Dezember habe ich fünf Bücher gelesen, habe ein Nikolasbuch von meiner Mutter bekommen, nämlich Ein unvergänglicher Sommer von Isabel Allende und das habe ich schon gelesen. Sehr gut. Hörbücher hatte ich einen Neuzugang und zwar Neuschnee. Das ist ein Ritzensohnsexemplar gewesen, was ich auch schon gehört habe. Es läuft wie am Schnürchen. So, da das jetzt bisher wirklich größtenteils auf der Gelesenseite gelandet ist, bis auf die fünf englischsprachigen Bücher, da habe ich ein paar nicht von gelesen. Da habe ich jetzt auch gerade mal nachgeguckt. Auf Instagram hatte ich damals, nachdem ich die gekauft habe, einen Post mit allen Büchern drauf quasi gemacht, um das auch nochmal festzuhalten quasi. Und ich sehe hier jetzt gerade The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Cassandra at the Wedding auch. Daisy Jones and the Six, eine Riesenempfehlung, habe ich immer noch nicht gelesen. Kindred habe ich auch noch nicht gelesen, soll auch sehr, sehr gut sein. Und An American Marriage habe ich dieses Jahr gelesen. Das heißt, zwei von diesen Büchern, Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid und Kindred von Octavia E. Butler, sollte ich noch lesen bis Ende diesen Jahres. Muss ich aber auch sagen, ich glaube, beide Bücher sind auch schon auf meiner Liste gewesen von der Ann Bogle Modern Mrs. Darcy Reading Challenge für 2021. Insofern doppelt gemoppelt. Ja, ich würde sagen, da das ja, wie gesagt, nur diese beiden waren, gucke ich nochmal, ja, vielleicht nochmal drei Monate weiter, vielleicht auch gleich sechs und schauen wir mal, ob da noch irgendwas bei rumkommt. Also, Lesemonat Januar 2020, muss das ja dann gewesen sein. Da ist ein Rezensionsexemplar hinzugekommen, das heißt, Die andere Welt, habe ich schon gelesen. Bei den Hörbüchern hatte ich drei neue hinzubekommen. Das waren dann zwei und drei von Andreas Grobers Todesreihe, die habe ich schon gehört. und Libba Bray The Diviners, das habe ich auch gehört, das war sehr gut. Lesemonat Februar, oh, hier wird es sehr, sehr umfangreich. Acht Bücher sind hinzugekommen und zwar drei Gewinnbücher aus der Jahreschallenge, stimmt, ja, genau, da gibt es immer ja auf demlesegarten.de unsere Jahreschallenge, wo man sich dann eben ordentlich im Voraus anmelden muss für und dort werden quasi immer Punkte gesammelt, je nachdem, wie aktiv man eben war und muss auch gar nicht viele Bücher in dem Sinne sein, aber Hauptsache man ist auch schön im Forum aktiv und so und da wird dann immer per Zufall Jahresgewinner ausgelost und die kriegen dann ein Buchpaket. Da war ich, also 2020, Anfang 2020 eben dann eine der Gewinnerinnen und dort habe ich Die hellen Tage, Sei lieb und büße und zwei für immer zugeschickt bekommen. Zwei für immer und Sei lieb und büße habe ich jetzt mittlerweile gelesen, Die hellen Tage noch nicht. Das kommt also sofort auf die Liste. Dann habe ich noch den fehlenden vierten Band der Andreas Gruber Reihe und das Bestellteren zu so einem Rezensionsexemplar, Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst, bekommen. Die habe ich auch beide schon gelesen und dann bei Hugendubel ein Buch gekauft, nämlich Save Us. Ach ja, stimmt, das war der zweite Teil von der Mona Kasten Reihe, die habe ich auch direkt weggesuchtet. Dann zwei Tauschticket Bücher, Save You, eben diesen, äh, ach nee, andersrum, das eine ist der zweite Band, das andere der dritte, wie auch immer, und den sechsten Band der Cat & Bones Reihe, auf den ich ja auch schon irgendwie ewig gewartet hatte. Dann kam der irgendwann in dem Monat dazu. Den habe ich aber auch schon gelesen. Heißt, Die hellen Tage von den acht Büchern habe ich als einziges nicht gelesen. Und bei den Hörbüchern sind Rezensionsexemplare dazugekommen, die werde ich dann wahrscheinlich auch schon gehört haben. Das ist einmal Vanitas 2, Grau wie Asche, genau. Dann hatte ich I'd Rather Be Reading von Anne Bogle, eben von diesem Podcast What Should I Read Next, gekauft, als Hörbuch auch, und das hatte ich sehr schnell durchgehört. Das war irgendwie so ein zwei, drei Stunden Hörbuch. Im März habe ich zwei Nachfolgebände der Partials-Reihe ausgeliehen. Die habe ich auch gelesen. Das war eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel und die ganze Reihe hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann hatte ich vier angeforderte Rezensionsexemplare aus dem DTV-Verlag dazu bekommen, nämlich Die kleinen Momente der Liebe. Das habe ich schon gelesen, das war super süß. Das sind so kleine Comics gewesen. Dann Ein einfaches Leben, das war sehr ergreifend, habe ich auch gelesen. Ich schreibe mich gesund, das war auch ziemlich gut, hat aber sehr lange gedauert, weil man, ich glaube, das war so sechs oder acht, nee, zwölf sogar, zwölf Wochenprogramm, wo man quasi jeden Tag was schreiben sollte und sich eben auf bestimmte Sachen fokussieren sollte, die vielleicht psychisch oder auch physisch bei einem vielleicht nicht so gut funktionieren oder wo man irgendwie eine Krankheit hat oder ein Zipperlein und so ein bisschen so sich die Gedanken aus dem Leib schreiben und das nach so angeleiteten Fragen quasi. Und Brüder Mutig wie wir habe ich auch gelesen. Also hier keine neuen Bücher und bei den Hörbüchern gab es in dem Monat keine neuen Rezensionsexemplare. April 2020 habe ich drei Bücher geschenkt bekommen und zwar Todesmärchen, das war Band 3 der Reihe. Den habe ich auch schon gelesen. Wir fangen gerade erst an. War ein Buch, was ich, glaube ich, als, ja doch, als Hörbuch und als Buch hatte und sie hatte mir das geschenkt, als sie ausgemistet hat und ich habe das dann für Instagram tatsächlich abfotografiert, weil das ist besser, wenn man das als richtiges Buch tatsächlich abfotografiert. Ich habe das Ganze aber als Hörbuch gehört und Ivory & Onyx, weil es mich auf der Tauschliste von ihr einfach interessiert hatte, hat sie mir auch zugeschickt. Das ist so ein, ich glaube, da geht es um Neandertaler. Jugendbuch, Neandertaler, Hintergrund und ich glaube, es ist auch eine Reihe. Deswegen steht das tatsächlich bei mir noch im Regal und ich bin auch so ein bisschen am schwanken, ob ich es überhaupt lesen möchte. Ich glaube, man kommt gut durch, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt ein reinen Auftakt, glaube ich, ist und dann, wie gesagt, das Thema finde ich jetzt irgendwie doch auf einen näheren Blick irgendwie nicht so spannend. Muss ich gucken, aber ich würde mir das auf jeden Fall einmal mit auf die Liste schreiben. Dann hatte ich noch erhalten Verschließ jede Tür von Riley Sager. Das war ein Rezensionsexemplar, was ich auch sehr schnell durchgesuchtet habe, was sehr spannend war und was ich dann auch in einer Leserunde mit meiner kleinen Schwester diskutiert habe. Schaut euch gerne mal um nach der Sonderepisode dazu. Bei den Hörbüchern hatte ich zwei neue Rezensionsexemplare bekommen und zwar Nevernight 2, das Spiel. Das war für eine Leserunde mit Ramona. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Rosi-Effekt von Graeme Simpson, das war Band 3 oder Band 2 aus der Reihe, hat mir tatsächlich, also Band 1 hat mir wahnsinnig gut gefallen und die anderen beiden haben leider im Vergleich dazu sehr abgestunken, sage ich jetzt mal. Also haben mir nicht mehr sehr gut gefallen. Gerade Band 3 fand ich ziemlich nichtssagend. Band 2 war aber noch ganz okay. Im Lesemonat Mai, also wir kommen jetzt so fast an die anderthalb, nee, eine Jahresgrenze quasi. Im Lesemonat Mai hatte ich ein bestelltes Rezensionsexemplar und zwar die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds. Habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Jetzt weiß ich auch endlich, wann ich es bestellt habe. Habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt, weil das sehr, sehr lange jetzt gelegen hat. Oh mein Gott, ein ganzes Jahr. Schlimm. Ist eigentlich ein total schmales Buch, aber irgendwie habe ich in den letzten Monaten da überhaupt gar keine Lust drauf gehabt, das zu lesen, obwohl es mich doch interessiert. Vielleicht hat mich Brüder mutig wie wir so ein bisschen abgeschreckt von demselben Autor, weil das mal, ja, ich sag mal, ein längeres Buch war, was mich aber thematisch irgendwie so überhaupt nicht abgeholt hat. Dann brauchte ich, glaube ich, erst mal Pause. Aber das schreibe ich mir jetzt auf jeden Fall mit auf die Liste. Bei den Hörbüchern ist ein spontanes Rezensionsexemplar hinzugekommen und zwar Ich bin Gideon von Tamsin Muir. Das hatten mehrere Buchblogger empfohlen und sollte wohl so ähnlich sein wie Nevernight. Bloß düsterer und das habe ich auch schon gehört. Fand ich okay. Also es war solide, würde ich sagen, aber ein paar Sachen hatten mich auch gestört. Und den letzten Monat, den ich mir anschaue, ist der Juni 2020. Dort habe ich ein bestelltes Rezensionsexemplar auch schon gelesen, den Kompass ohne Norden von Neil Schusterman. Auch das war eins der Bücher, was ich mit meiner kleinen Schwester in einer Art Leserunde, Buchclub gemeinsam gelesen und auch dann diskutiert habe in einer Sonderepisode. Und bei den Hörbüchern sind drei neue Rezensionsexemplare damals dazu gekommen und zwar Nevernight 3 gehört. Wunderbar. Also die Reihe kann ich wirklich sehr empfehlen. War ja, glaube ich, auch eins meiner Highlights von 2020. Dann Glück und Wieder, das kann ich auch sehr empfehlen, die Reihe. Die ist echt toll. Und Lassen Sie uns kennenlernen, das war auch ziemlich witzig, aber eher was Kurzweiliges. Also das war eine Sammlung von Spam-E-Mails und der Autor hat sich quasi die Mühe gemacht und hat einfach mal darauf geantwortet. Also so als würde er wirklich das Gespräch mit demjenigen suchen. Und die haben dann teilweise eben auch wieder zurückgeantwortet. Das ist großartig, richtig witzig gewesen. Das habe ich irgendwann mal, das war so ein 2-3-Stunden-Hörbuch, habe ich irgendwann mal auf einer Autofahrt in einem Rutsch eigentlich durchgehört und habe mich wirklich beömmelt vor Lachen. War teilweise wirklich witzig. Ja, aber das war es jetzt quasi. Ich habe es quasi ein ganzes Jahr durchgeguckt anstelle von, wie gesagt, andere machen es einen Monat irgendwie, den sie sich angucken. Also man kann wirklich sagen, ich glaube, einigermaßen wenig pro Monat dazu zu bekommen. Klar, gibt immer weniger, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Beziehungsweise ich glaube, dass ich auch viele Sachen wirklich direkt höre oder direkt lese. Insbesondere bei Ritzen und Sex und Plan ist mir das eben auch wichtig, dass das nicht lange bei mir liegen bleibt, bis auf Asche auf mein Haupt, die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds. Das liegt wirklich ewig schon hier. Ich habe mir jetzt notiert mit Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid, Kindred von Octavia Butler, Die hellen Tage von Jujua Bank, heißt die, glaube ich, Ivory and Onyx. Nee, wie komme ich denn auf Ivory and Onyx? Ich habe gerade noch mal gegoogelt, das heißt Ivory and Bone von Julie S. Ashbaugh. Ashbaugh? Ja, habe ich mir wahrscheinlich irgendwie wegen Onyx und Crate oder so vielleicht falsch aufgeschrieben. Also Ivory and Bone heißt das Ganze. Und die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds. Das sind fünf Bücher, die ich mir jetzt selbst auferlege, dass ich die bis Ende 2021 auch noch lese. Auch in Anführungsstrichen, denn einige davon, ja zum Beispiel das Rezensionsexemplar muss ich sowieso dieses Jahr lesen, also allerspätestens. Und Daisy Jones and the Six und Kindred hatte ich ja eh schon auf anderen Listen drauf und ich bin mir unsicher, wie das mit Die hellen Tage aussieht. Nee, ist, soweit ich das jetzt hier sehen kann, noch nicht auf einer Liste gelandet. Daher möchte ich diese fünf Bücher auch noch zusätzlich bis Ende des Jahres lesen. Ich werde euch dann auf jeden Fall ein Update geben im Laufe von Q1 quasi 2022, welche davon ich auch wirklich geschafft habe und welche aussortiert wurden und welche ich zwar nicht geschafft habe, aber behalte und dafür ein Obolus. Für was eigentlich, frage ich mich? Um neue Bücher zu kaufen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Genau, was ich dann vielleicht mit dem Geld mache, kann ich ja auch nochmal sagen und wie viel ich dafür reintue. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website. Das ist ein privater Buch-Podcast.